Servus zusammen! Ihr wollt, dass eure Wanderschuhe nach vielen, vielen Jahren immer noch so gut ausschauen und nicht so ausgetrocknet sind? Das bekommt ihr locker hin, ihr müsst nur ein paar Pflegetipps beachten. Ich bin der Chris von Hanwag und in den nächsten Minuten erkläre ich euch, wie ihr Wanderschuhe am besten pflegt. Wenn eure Wanderschuhe noch so ausschauen, wie dieser Stinkstiefel hier, dann habt ihr etwas verpasst. Nämlich unser Video zum perfekten Reinigen von Wanderschuhen. Wenn dem so ist, dann bitte erstmal hier klicken und Schuhe putzen. Gut, also eure Schuhe sind jetzt sauber. Jetzt kommen wir zur Pflege. Bei der Pflege unterscheiden wir zwei Sachen. Zum einen die Lederpflege, zum anderen den Nässe-Schutz, die sogenannte Imprägnierung. Imprägnieren solltet ihr eure Schuhe nach jeder Reinigung, aber auch nach jeder Tour bei schlechtem Wetter. Deswegen fangen wir damit jetzt an. Wanderschuhe sind ab Werk mit einer Imprägnierung ausgestattet. Die bewirkt, dass das Wasser vom Schuh abperlt und den Schmutz gleich mitnimmt. Diese Imprägnierung sollte aber regelmäßig von euch erneuert werden, zum Beispiel dann, wenn ihr den Schuh abgebürstet oder sogar mit Wasser gereinigt habt. Zum Auffrischen der Imprägnierung sprüht ihr das Imprägnierspray aus etwa 30 cm Abstand gleichmäßig auf den Schuh auf. Überall von außen. Bitte beachtet, macht das nur draußen oder in sehr großen und gut durchlüfteten Räumen, wie zum Beispiel hier bei uns in der Handwag-Produktion. Und wenn sich jetzt weiße Ränder bilden, dann könnt ihr die Imprägnierung mit einem fusselfreien Lappen noch etwas verteilen. Ja und jetzt heißt es Geduld, weil die Imprägnierung ungefähr 12 Stunden lang einwirken muss und danach habt ihr wieder einen perfekten Nässe-Schutz für eure Wanderschuhe. Aber wie schaut es jetzt mit dem Leder aus? Braucht das vielleicht mal wieder eine spezielle Pflege, die über den Nässe-Schutz hinausgeht? Das klären wir im nächsten Kapitel. Neben dem Nässe-Schutz durch eine Imprägnierung solltet ihr euren Wanderschuhen von Zeit zu Zeit mal eine richtige Wellnesspackung gönnen. Und zwar mit einem Schuhwachs. Doch was bedeutet von Zeit zu Zeit? Wann ist denn Wachsen jetzt fällig? Seht euch dazu das Leder eurer Schuhe mal genauer an. Wenn es noch so schön glatt ist und glänzt, wie bei diesem Exemplar hier, super, dann könnt ihr euch das Wachsen für dieses Mal sparen. Wenn eure Schuhe aber so aussehen, nämlich dass das Leder beginnt spröde und rissig zu werden, dass es richtig ausgetrocknet aussieht, dann wird es höchste Zeit, dass ihr eure Schuhe mit Schuhwachs behandelt. Die Faustregel ist, je öfters mein Schuh nass und wieder trocken geworden ist, desto öfter muss er auch gepflegt werden. Die Rücktrocknung ist nämlich das, was das Leder strapaziert. Zum Pflegen von Wanderschuhen bitte nur solches Schuhwachs hernehmen. Bitte kein Öl oder Fett verwenden. Textilfasereinsätze, wie bei diesem Wanderschuh hier, die könnt ihr beim Wachsen auslassen. Die brauchen kein Wachs. Im Gegenteil. Wachs an dieser Stelle würde das Material versiegeln und der Wanderschuh wäre danach nicht mehr so atmungsaktiv. So, aber wie trägt man das Wachs jetzt auf? Also ich bevorzuge ein fusselfreies Kunstfasertuch. Eine kleine weiche Bürste ging aber auch. Damit massiert man das Wachs jetzt dünn und gleichmäßig ins Leder ein. Seht zu, dass ihr dabei alle Flächen und auch die Ecken erwischt. Zum Beispiel hier, in den Seitenfalten der Schuhzunge, sofern die aus Leder ist. Damit hat das Leder jetzt Nahrung in Form von Wachs erhalten, weil Leder ja ein Naturprodukt ist. Bevor ihr jetzt aber wieder raus in die Natur geht, haben wir noch einen kleinen Tipp für euch, falls es bei der Schuhpflege mal etwas schneller gehen muss. Unser Hanva Care Sponge ist sozusagen Lederpflege und Nässe-Schutz in einem. Wir empfehlen ihn vor allem bei Schuhen aus Nubuk oder Velour-Leder. Einfach dünn und gleichmäßig auf das Leder auftragen. Gerne auch die Gummiteile, wie hier den Geröllschutzrand mitbehandeln. Dann ein paar Stunden bei Raumtemperatur einwirken lassen und euer Schuh ist bereit für die nächste Tour. Wenn euer Hanvaxschuh ein Lederinnenfutter hat, dann braucht auch das Lederfutter ab und zu mal etwas Pflege. Wir bei Hanvax empfehlen einfach eine ganz normale Alkan- und parfümfreie Handcreme, einfach aus dem Drogeriemarkt, die mit der Hand einmassiert und aufgetragen werden kann. Das war es zum Thema Wanderschuhpflege. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Weitere praktische Tipps und Inspirationen, soweit die Füße tragen, gibt es auf Hanvax Stories. Schaut doch einfach mal vorbei. Bis dahin sage ich Servus und habe die Ehre.